Arbeiten Sie bei Anstricharbeiten im Innen- und Außenbereich immer noch herkömmlich mit der Farbwalze? Dann müssen auch Sie Farbeimer zeitaufwendig und mühsam an den Arbeitsplatz oder auf das Gerüst transportieren. Die Walze immer wieder zeitaufwendig mit Farbe tränken und brauchen viel Zeit. Bei rauhem Untergrund für die optimale Deckung vielfach nacharbeiten. Insgesamt sind Anstricharbeiten im Innen- und Außenbereich, insbesondere Fassadenbeschichtungen mit der Farbwalze mühsam und verursachen hohe Lohnkosten. Warum dann kein Airless-Gerät für diese Arbeit einsetzen? Die Angst vor unkontrolliertem Farbnebel, der im Außenbereich dann auch noch vom Wind weitergetragen wird und die Umgebung und Fahrzeuge verschmutzt, ist sehr groß. Der Abdeck- und Abklebeaufwand wird wegen des Farbnebels als zu hoch eingeschätzt. Das geht viel leichter mit dem Leos-System mit Sprayroller. Rationell, kräfteschonend, nahezu farbnebelfrei. Das Leos-System besteht aus dem richtigen Airless-Gerät, dem Airless-Leos-Sprayroller, der richtigen Arbeitstechnik. Zum Arbeiten mit dem Leos-System benötigen Sie ein Airless-Gerät, wie zum Beispiel das Storch Airless LP650S für Beschichtungen im Innen- und Außenbereich mit Dispersions-, Latex- und Silikonharzfarben. Mit dem Airless-Leos-Sprayroller arbeiten Sie deutlich rationeller als auf herkömmliche Art und Weise. Das Airless-Leos-Sprayroller-Set besteht aus folgenden Komponenten. Zwei Stabverlängerungen von 30 und 45 cm, einer Airless-Pistole für Stabverlängerungen, einem Drehgelenk zur einfacheren Ausrichtung des Rollers, einem außen gespeisten Sprayrollerbügel mit Schwenkkopf, einer Düsenhalterung sowie einer Airless-Düse. Zur Erzielung optimaler Arbeitsergebnisse bestücken Sie den Leos-Sprayroller wie gewohnt mit der für die Farbe und den vorhandenen Untergrund idealen Farbwalze. Den bestückten Leos-Sprayroller kombinieren Sie dann mit einem Airless-Gerät, wie zum Beispiel dem Storch LP650S, wodurch Ihnen folgende maßgebliche Vorteile entstehen. Kein lästiger und anstrengender Eimertransport. Kein aufwendiges Eintauchen der Walze in den Eimer. Kein anstrengendes Beschichten rauer Untergründe. Das Airless-Gerät transportiert den Beschichtungsstoff aus dem Gebinde durch den bis zu 90 Meter langen Airless-Schlauch zur Düse. Die Düsenöffnung und die Spritzbreite der Düse sind genau auf den Abstand zur Beschichtungsfläche und der Rollenbreite abgestimmt. Aufgrund dieser Eigenschaften und dem geringen Arbeitsdruck von 60 bis 80 Bar arbeiten Sie mit dem Leos-Sprayroller nahezu farbnebelfrei. Nutzen Sie die moderne und rationelle Beschichtungstechnik mit dem Airless-Leos-Sprayroller im Innen- und Außenbereich. Alle Abdeck- und Beschneidearbeiten, zum Beispiel an der Fensterlaibung, der Türzarge oder dem Heizkörper, werden in gewohnter Art und Weise mit dem Heizer und der Kleinflächenwalze ausgeführt. Mit der rationellen und nebelarmen Leos-Airless-Beschichtung wird die Farbe in einem Arbeitsgang durch nur einen Anwender nebelarm auf den Untergrund aufgespritzt und gleichzeitig durch die Auf- und Abwärtsbewegung des Rollers verschlichtet. Der Arbeitsdruck beträgt im Innenbereich ca. 80 Bar und etwa 60 Bar im Außenbereich. Eine Zeitersparnis von bis zu 50 Prozent und eine wesentliche Arbeitserleichterung sind Ihnen garantiert. Mit den Verlängerungsstäben für unterschiedliche Objekthöhen stehen Ihnen weitere praxisgerechte und arbeitserleichternde Detaillösungen zur Verfügung. Nutzen Sie die moderne und rationelle Beschichtungstechnik mit dem Airless-Leos-Sprayroller im Innen- und Außenbereich. Rationell, kräfteschonend, nahezu farbnebelfrei. Ein echter Fortschritt. Den Vorsprung hole ich mir.